Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. Achter Tag, zweite Woche. O Jesus, ich bemerke die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner linken Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinste Hand der Opfer reich nun dem ewigen Vater 33-mal das kussbare Blut Jesu auf. Für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers. Für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich, für Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen. Anliegen kann man jetzt nennen, gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu, für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, Erhöhung in meinem Anliegen, so es dem Willen Gottes entspricht, Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, Erhöhung, in meinem Anliegen, so es dem Willen Gottes entspricht, Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kussbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, gelobter Jesus Christus.